Und willkommen zu einem neuen Video aus der Schulvideoreihe und zu einer weiteren Schulgeschichte. Und passend heute, heute ist ja Karfreitag, gibt es mal eine Geschichte, die sich im Religionsunterricht ereignet hat. Diese Geschichte ist schon relativ alt, also ich würde jetzt schon sagen, so gute sechs Jahre ist das jetzt ungefähr schon her. Da war ich noch, na, wie sagt man das, Grundschule und da hatten wir mal vertretungsweise eine Religionslehrerin, die haben sie vertretungsweise reingeschickt, weil Lehrermangel. Die Lehrerin, gefühlte 100 Jahre alt und hat dann halt ihren Religionsunterricht gemacht und meinte uns erstmal über die Kirche unterrichten zu müssen und das in einer ganz, weiß ich nicht, so komischen Art. Wir sollten irgendwelche Kirchenfenster ausmalen und irgendwelche alten Kirchenfenster malen und sowas, halt, irgendwelche Briefe schreiben und sowas halt. Dann wollte die noch einen Test schreiben und solche Klamotten auf alle Fälle. Und auf jeden Fall hat sie halt immer die Stunde abgeschlossen, nicht mit auf Wiedersehen, Tschüss, bis zur nächsten Stunde, bis dann noch irgendeinen Wochentag genannt oder so. Nein, sondern immer mit den Worten, macht was Gutes aus dem Sonntag, weil der Sonntag, hat diese Lehrerin uns das drüber aufgeklärt, ist ja der, so, ist ja der höchste, ist ja der Wochenfeiertag der christlichen Kirche und den Sonntag soll man wertschätzen, den Sonntag soll man genießen und so, so solche Klamotten. Man musste echt aufpassen, in dem Unterricht nicht lautlos zu lachen, weil dann nachher kommt die sich noch beleidigt vorvor, also da musste man echt schon aufpassen, dass das nicht passiert. Und wie gesagt, die legendären letzten Worte waren dann, macht was Gutes aus dem Sonntag, also echt. Aber man muss dazu sagen, eigentlich, wenn man mal rückblendend guckt und ich auch einfach mal ein bisschen auf meine Grundschulzeit gucke, diese Lehrerin hat eigentlich am Ende ganz guten Unterricht gemacht und wusste, von was sie da eigentlich redet, auch wenn sie sich so zwischendurch mal ein paar Klamotten gerissen hat, die schon etwas, sagen wir mal, merkwürdig waren. Und jetzt zum Ende der heutigen Folge habe ich noch ein wenig Bonusmaterial. Und zwar kam eine besagte Lehrerin, kam in den Unterricht rein und hat erstmal sich gefragt, warum wir alle in Straßenschuhen quasi im Unterricht sitzen, warum wir keine Pantoffeln hätten. Oder besser gesagt, Hausschuhe hätten. Aber ihr Zitat war, habt ihr keine Pantoffeln? Genauso betont. Und ja, hattet ihr auch schon mal so komische Lehrer? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Vielleicht gibt es mal eine Schuh-Story-Folge mit einer Story von euch. Mal schauen und würde ich sagen, bis zu einem neuen Video. Tschüss.